Warum sitzen wir hier so lange rum? Einen Augenblick noch, Meg. Was soll ich hier drin über Dates lernen, wenn wir... Oh mein Gott, Dad, du hast gefurzt, das ist ja ekelhaft. Nein, 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 Meg, Meg, das ist absolut lebenswichtig. Ein Mann findet nichts sexierer als eine Frau, die es schafft, seine Blähungen zu lieben. Liebe die Blähungen, Meg, liebe sie! Nein, 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 Meg, nein, nein, darum sind wir hier, darum sind wir hier, darum sind wir hier.